Hallo, wir melden uns heute von einem Obstbaubetrieb aus dem Tecklenburger Land. Hier werden Erdbeeren, Kirschen und Äpfel kultiviert. Wir wollen einmal aufzeigen, welche Biostimulantien in diesen Kulturen eingesetzt werden können. Wir sind jetzt in einer bereits abgeendeten Apfelanlage unter Hagelnetz. Hagelnetz bietet für die Kultur eine gute Sicherheit. Für die Ausfärbung der Früchte ist es nicht optimal. Hier bietet sich unterstützend eine Blattdüngung mit Basfolia Color an. Durch die Biostimulierende Wirkung von Carbonsäuren und Kalium werden rote Pigmente in den Früchten angereichert. Die Ausfärbung ist einheitlich, die Lagerfähigkeit wird erhöht, Erntedurchgänge werden reduziert. Nicht nur im Apfelanbau, sondern für alle rotfärbenden Früchte wie Kirschen, Erdbeeren, aber auch Trauben ist die Anwendung von Basfolia Color sinnvoll. Für weitere Fragen besuchen Sie unsere Homepage oder sprechen Sie Ihren Verkaufsberater an. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020